Yummy, 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 I got love in my tummy. Wir sind es wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung mit dem Peter und der Manu. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es kreist einen wirklich mit. Wo ist es denn? Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Filmfressen mit dem Peter. Und der Manu, der trinkt ohne anzustoßen. Unverschämtheit. Und wir besprechen heute eine aktuelle Zombie-Rom-Com, die in den Kinos läuft. Richtig. Oder lief in manchen Spezialvorstellungen. Und zwar Yummy. Yummy. Sehr lecker, oder? Ja, kommen wir noch zu. Du hast ihn auf dem Fantasy-Filmfest Nights gesehen. Korrekt. Und ihn mir empfohlen. Hast gesagt, man muss sie unbedingt im Kino angucken, wenn du die Möglichkeit hast. Ich habe es anders formuliert, aber ich habe ihn dir tatsächlich empfohlen. Ja, hast mir empfohlen. Und dann, ich bin deiner Empfehlung gefolgt. Und hast es bereut. Bin ins Kino gegangen und habe diesen Film, ich musste ihn synchronisiert schauen. Ja, ist ja nicht mein Verschulden. Darüber wird noch zu reden sein. Und habe ihn mir angeschaut. Sag mal so. Deine endlose Begeisterung. Wollen wir mal nicht übertreiben. Kann ich nicht ganz teilen. Aber sollen wir vielleicht erstmal sagen, worum es geht? Ja. Und dazu möchte ich sagen, ich habe gesagt, es war die Überraschung des Festivals. Okay. Ja. Weil du nichts davon erwartet hast. Nö. Weil ich den weiß nicht, wieso. Also, da bin ich mal sehr gespannt, wie das Festival sonst so war. Stimmt. Kannst du sagen. Was passiert denn bei Yami? Also erstmal, du hast ein Wort benutzt, das falsch ist. Das wundert mich jetzt, dass gerade du das sagst. Achso. Weil es sind keine Zombies. Ja, okay. Weil die nicht wirklich... Ja, es sind Infizierte. Es sind Infizierte. Sterben die nicht? Nein. Das siehst du an dem einen Doktor. Der kist Blut. Stimmt. Ja. Ich hatte auch überlegt, während ich den Film geschaut habe, ob es dann Zombies sind oder nicht. Weil der wird nämlich immer als Zombie-Komödie. Ja. Überall angekündigt. Und eigentlich sind es nur Infizierte. Man kann jetzt ja auch sehen, wie man möchte. Also, ich kann damit auch leben, wenn man das als Zombiefilm bezeichnet. Das ist für mich okay. Okay. Daran will ich mich jetzt nicht aufhängen. Es ist so, dass eine junge Dame mit sehr großem Brustumfang in eine Klinik... Ist das in Russland? Ja, ich meine... Oder in Polen? Äh, Ost-Europa. Ost-Europa. Ah ja. Ukraine oder sowas. Alles ab Berlin ist UdSSR. Weißt du? So sagen wir in Berlin, wa? Sie kann es sich zu Hause nicht leisten. Deshalb geht es in Ost-Europa. Das ist halt günstiger, um sich halt die Brüste zu verkleinern. Und wieso? Weil sie zu groß sind. Nee, wegen Rückenproblemen. Ach so. Ja, sagt sie. Ja. Und mit dabei ist ihr... Noch nicht... Ihr Freund? Trotteliger... Genau. Ihr Freund, noch nicht Mann. Ja. Ihr Freund und ihre Mutter. Stimmt. Und die Mutter hat schon sehr viel an sich rumschnibbeln lassen. Ja. Wie man sieht, die Nase auf jeden Fall. Und ich glaube, die Lippen auch. Die Brüste und so weiter und so fort. Also die ist halt schon so ein kleines Teilelager. Ja. Mobiles. Jetzt dagegen, ne? Soll ja jeder machen, wie er möchte. Das wird nur thematisiert auch in dem Film. Ja. Da fahren die auf jeden Fall in diese Klinik. In dieser Klinik wird so Stammzellenforschung, höchst illegal, natürlich betrieben. Und da geht natürlich irgendwas schief und Patientin Null kommt frei, durch den tollpatschigen Freund eben. Ja, natürlich. Der nur helfen möchte und dann bricht so diese Pandemie, Epidemie halt aus und die Leute, die befallen werden von diesem Virus, werden eben zu Menschen, Fleisch, fanatischen, Untoten, Toten, weiß ich nicht. Kann ich mal. Viechern. Ja. Fressen sich durch die Klinik. Fressen sich durch die Klinik und unsere Gruppe der Hauptfiguren muss dann da raus. Genau. Und die kämpfen sich dann halt quasi durch diese Zombie-Apokalypse. Warum war das jetzt für dich die Überraschung des Festes? Weil ich den verdammt lustig fand. Okay. Von der ersten Minute an. In welcher Sprache ist er im Original? Englisch oder Französisch? Flämisch? Weiß ich nicht. Okay. Ich habe ihn im Synchro gesehen. Flämisch und Englisch. Ich fand ihn wenig lustig. Ja. Okay. Die Penisszene, die ist natürlich großartig. Die ist großartig und die ist auch herausragend. Klingt jetzt so, dass alles, wenn es um unten rum geht, dass wir das natürlich total abfeiern und so. Aber die ist schon, die ist auch vom Timing her, die ist komödiantisch gut gespielt. Ja. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Mein Kinoerlebnis war folgendes. Ich war in einem sehr großen Kino in Köln und das war ein Freitagabend und ich war auch mit Freitagabend Multiplex-Kinobesuchern da. Du weißt, was das bedeutet. Also ich hatte in der Reihe, nicht direkt neben mir natürlich, wegen Corona-Maßnahmen, aber ein paar Sätze weiter, hatte ich eine Gruppe von jungen Kommentatoren. Ja. Jungen, männlichen Kommentatoren. Ich würde mal sagen, so der Club der 30-jährigen Jungfrauen, weil nämlich, also erstmal, die haben viel kommentiert, aber sobald auch der Ansatz einer Oberweite irgendwo zu sehen war, war immer so, oh, oh, als hätten die noch nie eine Titte gesehen. Ganz ehrlich. Geschweige denn berührt. Ja, die meisten waren ja sogar eingepackt, ne? Ja, ich sag ja, ne? Also es gibt, sobald der Ansatz einer Oberweite... Aber damit hat der Film ja auch verdammt gespielt, ne? Ja. Mit den Titten. Ja, also mit... Verdammt viel mit den Titten gespielt. Ja, also quasi mit dem Zeigen von Ausschnitten beispielsweise. Ja, aber wirklich nur von Ausschnitten. Ne, wir sehen ja auch alle von... Ab und zu sehen wir auch mal ein bisschen... Den Zombie beispielsweise. Nackte Tatsachen, richtig. Was mir fehlt für... Du hast das Wort Zombie wieder gesagt. Die Infizierten, scheißegal, ne? Also wenn wir jetzt Zombies sagen, wir meinen dann halt da diese Viecher. Man sieht sehr wenig explizit von diesem Splatter. Findest du? Ja. Es passiert sehr viel im Off. Aber das, was man sieht, ist doch schön umgesetzt, oder? Die Penisszene, ja. Nein, von dem Splatter und Goa. Es ist... Es beschränkt sich meistens darauf, dass irgendwas im Off passiert. Also zum Beispiel unten liegt jemand, dann wird drauf rumgehackt und Blut spritzt. Oder ein Arm steckt irgendwo drin. Ja, also ich wage auch zu bezweifeln, dass ein Aktenvernichter einen kompletten Arm fressen kann. Ja, okay, klar. Vor allem, dass er 50.000 Liter Blut spritzt. Aber gut, es geht nicht um Realismus. Und ich bezweifle auch, dass dieses Gerät, mit dem man Fett absaugt, dass es da einen Schalter gibt, den man drückt und das geht in die andere Richtung. Und da habe ich zum Beispiel auch gerne gesehen, Spoiler an der Stelle, wie der Bauch explodiert. Man sieht halt nur, wie so ein bisschen Fett an die Dings spritzt. Okay, das der... Oder habe ich eine geschnittene Fassung gesehen? Das weiß ich nicht. Nee, das glaube ich aber nicht. Aber die Geräte lassen sich natürlich umkehren, weil man sich ja auch schließlich Fett spritzen kann. Habe ich auch gemacht. Ich habe mir hier Fett aufspritzen lassen. Aber mit einem so einem Schalter, so in die eine Richtung, in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob das so... Okay, Yami ist, was Realismus angeht, absolut weit von der Realität entfernt. Das ist keine Dokumentation. Ja, das schon mal gar nicht. Also ich sage mal, was mich halt stört, ich hätte mir da ein bisschen mehr explizit einen Splatter gewünscht. Okay. Der Humor kam bei mir nicht so an. Du fandest ihn lustig. Du findest auch Didi Hallerforn lustig. Das ist immer so dein Totschlagargument. Nur weil ich Hallerforn super geil finde. Das ist ein Totschlagargument. Na gut, auf jeden Fall. Dieser Humor hat mich nicht erreicht. Ob das an der Synchro lag, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Auch die Eingangsszene schon, ne? Die Eingangsszene. Wo sie was überfahren. Ach so. Ach doch, die war lustig. Es gibt lustige Szenen. Moment, ich will nicht sagen, dass ich kein einziges Mal da gelacht habe. Außerhalb der Penisszene, also abgesehen von der Penisszene, habe ich auch noch an einigen anderen Stellen gelacht. Aber das wird so als die absolute Komödie verkauft. Und naja, dann fehlt mir so ein bisschen das mit, also was ist jetzt die Moral der Geschichte? Also nicht, dass ich jetzt einen tieferen Sinn unbedingt in so einem Film sehen möchte. Aber zum Beispiel in Braindead, der hat auch mehr Aussage. Und der hat auch mehr Charaktertiefe. als dieser Film. Und am Ende... Das Ende, es tut mir sehr leid. Ich fand das cool, aber dann hat dieser Film nämlich gar keine Aussage. Was sind die Aussagen? Dass Leute, die sich operativ verändern lassen wollen, dass die... Den Tod verdienten? ...sterben oder was? Und dass sie es nicht in Osteuropa machen sollen. Was ist denn die Aussagen? Vielleicht, dass sie sich damit selbst töten. Ich weiß nicht. Also... Aber was das Ende angeht, da ist er dann mal so mutig und zu zeigen, von wegen... Es ist nicht realistisch, immer auf dieses Happy End kommen zu müssen. Weißt du was? Natürlich, das Ende an sich hat mir auch gefallen. Und das konterkariert, schöne Grüße an Daniel Goos, an der Stelle, eben alles, also so jeden Ansatz einer Aussage oder jeden Ansatz eines irgendetwas, was der Film... Okay, aber... Was will der mir denn zeigen? Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen Spaß und Splatter, aber dann gibt es so viele andere Filme, die das besser machen. Aber zum Beispiel, was die Figurenentwicklung angeht. Also die Hauptfigur, die Dame, die sich die Brüste verkleinern lassen möchte, was auch bei dem einen oder anderen für Unverständnis sorgt. Besonders bei dem Gegenspieler, bei dem quasi Antagonisten von unserer zweiten heimlichen Hauptfigur, der auch noch sein Fett wegkriegt. Haben wir ja zumindest, was den trotteligen Freund angeht, eine Entwicklung, die dann halt leider auch nicht erfolgreich wird. Aber ich finde halt auch cool, was dann halt auch so die ein oder andere Nebenrolle eventuell für eine Entwicklung durchmacht. Beispielsweise der Antagonist. Nämlich gar keiner. Und dafür bezahlen muss. Ja, also dann außerdem dieses ganze, das ganze Setting mit der Schönheits-OP-Klinik und so, da hätte man so viel draus machen können. Dass man nicht einmal sieht, wie irgendwie so ein Brustimplantat rausgerissen wird oder irgendwie wie so aufgespritzte Lippen platzen oder sowas. Aber es geht ja um den Splatter-Spaß und da punktet er nicht. Wie gesagt, ich finde den solide. Das ist ein solider Film. Und im Kino, ja, macht auch Spaß. Und sicher, wenn man da mit ein paar Leuten ist, die jetzt nicht gerade wie diese komische Männergruppe neben mir ist, dann ist das auch lustig, glaube ich. Weiß nicht, wie war die Stimmung beim Fantasy Filmfest? Bei den Nights? Sehr gut, ja. Der ist sehr gut angekommen. Also wir hatten alle unseren Spaß. Das war aber auch der einzige Film auf dem ganzen Festival. Nee, so leichtfüßig war. Genau, leichtfüßig. Und vor allem halt auch, ja, quasi eine Komödie war. Ich habe auch danach keinen gehabt, der sich nicht positiv dazu geäußert hat. Also es ist keine Katastrophe. Ich würde, also wenn ihr die Möglichkeit habt, den im Kino zu sehen, geht rein. Nein, aber er ist nicht von einem Kaliber eines Braindeads zum Beispiel. Ja gut, aber ich vergleiche jetzt auch nicht unbedingt jeden Horrorfilm mit einem Shining. Kann man aber machen. Ja, kann man machen, klar. Aber dann würde ich halt quasi jeden abraten, du weißt, was ich meine. Als Orientierung für die Leute. Also erwartet nicht zu viel. Genau, das ist halt auch die Sache. Ich bin auch mit absolut keinen Erwartungen an diesen Film rangegangen. Du hattest ja zumindest die Erwartung, du hattest eine quasi Empfehlung von mir. Und damit war deine Erwartung jetzt halt auch schon vor allem erstmal da. Ja, genau. Das ist halt vielleicht dann auch das, was das dann, was das Erlebnis dann auch ein bisschen ernüchternder gestaltet hat. Ja, es ist kurzweilig, solide, aber da fehlt mir so zum Kulthit, sag ich mal. Ja, so wirklich für einen Film, den man regelmäßig mal auf einem Videoabend zeigt, da fehlt mir dann was. Dann lieber nochmal From Dusk Till Dawn oder Braindead und so solche Geschichten. Okay. Oder Evil Dead oder Evil Dead 2 oder so. Das sind eher so die Partyfilme. Okay. Yummy ist okay. Aber wie gesagt, falls ihr Möglichkeiten habt, im Kino zu gucken, meines Erachtens schauten wir euch an. Ja, ich sag auf jeden Fall anschauen und Spaß haben. Gut, Peter, für die Worte muss ich dir Dank sagen. Und auch mit dir anschließen. So sieht es nämlich aus. Habt ihr Jammie schon gesehen? Wollt ihr den sehen? Die Kommentare bitte bedienen. Ihr wisst genau, wie es funktioniert. Mit den Glocken und den Daumen. Ihr wisst es doch. Bis demnächst. Eure Filmfressen, Peter. Und Manu. Tschüss. Eure Filmfressen, Peter. Das ist alsopra temas. Bis demnächst. Gut. Alles lassen.